Hallihallo ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, ich muss mit euch sprechen. Ja, es hat sich so einiges in meinem Leben getan und ja, das ist auch jetzt so der Grund halt, warum jetzt, warum jetzt wieder so ein bisschen, ja, keine Videos gekommen sind. Aber das hat halt alles einen super, super guten Grund und ja, ihr kennt ja mein ewiges Problem und ja, ich habe jetzt natürlich wieder, ja, wieder noch was vor und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Video, das ich euch nochmal, ja, kurz erzählen kann, ja. So, okay, ihr Lieben, also ich mache hier nebenbei natürlich jetzt wieder hier so eine Levelrunde, weil da kann ich das hier besser erzählen und zwar, es ist ja so, ihr kennt ja mein, ihr kennt ja mein ewiges Problem, dass ich ständig irgendwie überfordert bin, gestresst bin, zu viele Aufgaben habe, also zu viel zu erledigen habe und ja, einfach kein, ja, kein Anfang, kein Ende sehe und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, ich habe ja schon öfters mal, ja, davon, ja, hier erzählt und jetzt ist es halt, naja, jetzt ist es halt so, dass ich euch heute nicht erzählen möchte, dass ich zu viele Aufgaben habe und überfordert bin, sondern komplett das Gegenteil, denn ich kann nicht mehr leveln hier, denn es ist nämlich, es ist nämlich jetzt so gewesen, also ich hatte ja jetzt ein paar Videos hochgeladen und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe, ich habe es schon so oft gesagt, ich muss unbedingt was in meinem Leben ja verändern, ich muss da echt irgendwie, ja, das, ja, mein Leben halt in den Griff kriegen und so weiter und so fort. Und es ist halt jetzt so, dass ich jetzt, naja, ich sage mal so, das Ganze einfach angegangen bin und habe einfach, ich habe, also alle Aufgaben, die ich jetzt so habe, was mich alles so überfordert hat, habe ich mir alles, alles aufgeschrieben. Ich habe da so eine App dafür und jedenfalls, ich habe alles strukturiert. Ich habe bei, also ich habe bei einem YouTuber, habe ich mal gehört, dass halt diese Überforderung halt entsteht oder dass man halt nicht weiß, was man machen soll oder man den Berg halt nicht erklimmen kann, weil, ja, weil man halt einfach keinen Plan hat. Bei mir war es halt, bei mir war das jetzt eben immer so gewesen, dass ich die vielen, vielen, vielen Aufgaben ja vor mir sehe und aber, also, ja, keinen, keinen, keinen Plan, also keinen Plan habe, wo ich da jetzt anfangen soll. Ich habe, ich habe das Problem gehabt, dass ich dann immer, ja, mehrere Sachen mit einmal angefangen habe, dort war es, da war es, hier war es und dann natürlich nicht fertig geworden bin und genau das ist das, was einen dann so überfordert und man das Gefühl hat, man wird nie fertig, ne. Und es kommt dann immer mehr dazu und so und dadurch, ja, dadurch entsteht das halt. So und ich habe mir gesagt, ich habe mir, ja, ich habe mir halt gesagt, das, das geht so nicht weiter. Ich, mir ging es richtig schlecht. Ich bin, ich bin wirklich nervlich, ich bin nervlich irgendwie total zusammengebrochen. Ich habe nur geheult und, und wusste nicht, was soll ich machen? Wie kriege ich mein Leben in den Griff? Mein Leben ist mir aus den Händen geglitten, sage ich jetzt mal dazu. Und, ne, das war dann jetzt echt so der Punkt, wo ich jetzt ernsthaft, also wirklich ernsthaft mir gedacht habe, ne, das geht so nicht weiter. Und deswegen habe ich, habe ich es einfach jetzt angegangen. Also ich habe das alles jetzt angegangen und habe alle Aufgaben mir sortiert, habe alles aufgeschrieben, was mir so in den Kopf geht. Vielleicht noch nicht alles, aber das, schon den Großteil schon. Und habe das dann einfach strukturiert nach so einer, ja, so einer Methode. Da möchte ich aber jetzt nicht so drauf eingehen, weil das, ich glaube, das ist jetzt sowieso nicht so relevant. Aber jedenfalls habe ich das so gemacht. Und vor allem, ich mache jetzt tatsächlich nur noch die aller, aller wichtigsten Sachen, die wirklich erledigt werden müssen. Oder die mir halt persönlich super wichtig sind. Ja, das, das ist halt, das habe ich jetzt, also das mache ich halt jetzt so. Und, ja, ich wollte halt noch dazu sagen, dass ich eben die Sachen nur noch, also nur noch diese einen Sachen halt mache, die ich jetzt gerade anfange. Also, also das, also das heißt, ich, also ich bringe es zu Ende quasi. Ich fange das an und bleibe dann auch nur bei dieser einen Sache. Ja, also ich, ich sage es euch, ihr Lieben, mir geht es irgendwie sehr gut, muss ich sagen. Mir geht es wirklich sehr gut und ich bin super motiviert, irgendwas zu machen. Ich bin hier nur am Machen und das macht einfach auch Spaß. Ich weiß es nicht, es macht einfach, es macht einfach Spaß. Ja, und ja, von den vielen, vielen Aufgaben, die mir so, ja, die ich halt noch so, ja, hatte, habe ich sehr viel geschafft. Ich habe einfach, ich habe einfach unglaublich viel geschafft. Ich bin einfach, ich weiß auch nicht, ich bin einfach nur total happy. So, ja, und zum Beispiel, ich muss, ihr wisst ja, ich bin ja selbstständig tätig. Das haben wir ja schon hundertmal durchgekaut und ich musste die Buchhaltung machen und so. Und ich habe von 2020 die komplette Buchhaltung von dem kompletten Jahr komplett fertig. Ich bin einfach komplett fertig damit. Und ja, jetzt haben wir aber trotzdem, trotz allem, ich habe schon wirklich sehr, sehr viel geschafft. Ich bin so stolz auf mich selber, das glaubt ihr nicht. Mir geht es einfach richtig gut jetzt. Und das Ding ist halt, dass ich deshalb auch jetzt nicht so Videos hochgeladen habe, weil einfach das andere halt wichtiger war. Ich weiß, den Punkt hatten wir schon mal, aber das ist halt, naja, wie soll ich denn sagen? Es ist halt einfach, das andere halt wichtiger. Es ist, es ist halt einfach so. Und deswegen kam jetzt eben kein Video. Was ich jetzt vorhabe, ist eben folgendes. Ich habe, ich habe jetzt natürlich noch ziemlich viele Aufträge, aber damit ich, damit ich eben, naja, ich sage mal so, damit ich halt mein Leben wieder voll und ganz im Griff habe. Ich habe es schon richtig gut unter Kontrolle jetzt. Ich bin, ich habe es ja schon gesagt, ich bin einfach nur happy, ehrlich. Und ja, ich möchte halt die Aufträge noch machen und habe mir gedacht, das hat beim letzten Mal so gut funktioniert, dass ich doch einfach wieder, ja, wieder eine Video-Verbot-Challenge mache, weil das hat mich letztens so motiviert. Und ihr wisst, ich habe nicht immer so viel Lust auf die Aufträge leider. Und ja, deswegen habe ich mir das so gedacht halt, dass man das dann vielleicht nochmal so machen könnte. Aber ich würde es diesmal, ja, wieder so machen wie beim letzten Mal. Ich habe ungefähr noch 23 Aufträge, müssen das jetzt, also insgesamt sein. Ich müsste natürlich auch noch Rechnungen schreiben. Aber wir gehen jetzt mal von den 23 Aufträgen, ja, aus. Weil ich habe nämlich noch Aufträge für, für später. Die werde ich wahrscheinlich jetzt gar nicht machen, weil das, weil, wie gesagt, wir, ich habe ja gesagt, dass andere Sachen dann, wichtiger sind und ich ja nicht mehr die Sachen machen möchte, die unwichtig sind, so, ne. Deswegen nur die wichtigsten Aufträge, das sind dann vielleicht so, ich weiß nicht genau, wie viel das sind. Müsste ich nachgucken, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt nicht vorher geschaut, aber es werden schon einige sein, so. Und da habe ich mir, wie gesagt, gedacht, ich mache nochmal eine Challenge draus, weil es mich einfach so motiviert hat, das letzte Mal, wenn ich das so gut geschafft habe. Aber diesmal würde ich das vielleicht sogar ein bisschen, ja, vielleicht mit dem Handy so ein bisschen festhalten, was, wie weit ich gerade bin oder so. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es mache. Aber ich weiß nicht, ich denke mal, ihr steht da vielleicht auch wieder voll hinter mir, weil das beim letzten Mal so gut funktioniert hat. Und das war echt auch eine Erleichterung. Und wenn ich jetzt noch diese Aufträge weg habe, das kommt dem ganzen Jahr auch hier, YouTube und so, kommt das ja alles dem ganzen Jahr zugute. Weil wenn ich, wenn ich alles im Griff habe und wirklich mein Leben auf die Reihe bekommen habe, so wie es ja jetzt schon richtig gut läuft, dann, dann kann ich mich natürlich auch komplett anders hier drauf einstellen auf YouTube und so. Weil das bringt mir ja nun wirklich nichts, wenn ich jetzt mit den Aufträgen so einen Stress habe und dann ein Video mache und eigentlich, ja, was anderes machen müsste. Also, ja, das ist halt dann, das ist halt eben, ja, das ist halt dann das. Aber ich würde vielleicht wieder die Beiträge erstellen auf YouTube, also die Community-Beiträge und euch abdehnen. Ich denke mal, dass das vielleicht, dass ich es vielleicht wieder in der Woche schaffe. Ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal sogar in der Woche oder so geschafft. Ich denke mal, das dauert vielleicht auch wieder, ja, so. Also, ich habe da nämlich so einen kleinen Trick beim Zeichnen, damit das Ganze schneller geht als normal. Und, ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Was sagt ihr denn dazu? Also, ich denke mal, ja, dann kommt zwar jetzt auch kein Video klar, ist mir auch klar. Aber, wie gesagt, dafür kommt das dem Ganzen halt zugute. Beim letzten Mal war es halt das Problem. Ich habe das geschafft beim letzten Mal. Hatte aber die anderen Sachen, also andere Aufgaben nicht, also nicht fertig. Und jetzt verstehe ich auch, warum es mir dann so trotzdem nicht besser ging. Weil beim letzten Mal, wo ich die ganzen Aufträge geschafft hatte, ging es mir nicht wirklich besser. Und, also, schon, dass ich die Aufträge geschafft habe, schon, da ging es mir schon besser, ja. Aber das Problem ist, oh, so. Das Problem ist nur, dass es mir nicht, naja, ich weiß nicht, mir ging es nicht wirklich besser. Und das lag einfach darum, also, daran, weil ich halt einfach noch so viele Aufgaben trotzdem massig viel, also massig viele Aufträge halt hatte. Na, das ist halt das Problem. Deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir wieder eine Video-Verbots-Challenge. Und ich muss alle Aufträge fertigstellen. Erst dann darf ich wieder ein Video machen. Aber ganz wichtig, eine Ausnahme gibt es natürlich, weil am Mittwoch kommen ja die neuen Pferde. Und da werde ich wahrscheinlich an dem Mittwoch auf jeden Fall ein Pferd noch kaufen. Also, ja, werde ich das dann vielleicht an dem Mittwoch oder so, ja, kaufen. Also, das ist dann die Ausnahme halt, na, genau. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht findet der eine oder andere das vielleicht jetzt blöd. Aber, aber ich, ich höre ja nicht auf. Das ist ja nur jetzt kurzfristig. Ich habe da immer ein bisschen schlechtes Gewissen irgendwie. Ach, hier ist sogar eine Kuh, Mensch. Ja, aber ihr hört, aber ihr kriegt es vielleicht auch an meiner Stimmung mit. Worauf geht denn das hier eigentlich nicht? Ach doch, es geht. Ja, ihr kriegt es vielleicht selber so ein bisschen an meiner Stimmung mit, dass es mir einfach, ja, deutlich, deutlich besser geht. Wirklich, also mir geht es wirklich richtig gut, weil ich das alles so super im Griff habe. Und ich labere einfach so viel. Ja, okay, ihr Lieber. Also, ich bringe mal das Schaf jetzt hier noch weg. Und, ähm, ja, ich freue mich. Also, ich freue mich richtig. Ich bin gespannt, ob das Ganze wieder so funktioniert. Und ich hoffe, ihr bleibt, ja, bei mir und haut jetzt nicht ab oder so. Ja. Ach, guckt mal, da ist doch jemand. Ja, genau. Ach, Mensch, ich freue mich so. Genau. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Nee, eigentlich war es das, glaube ich. Ich denke mal, das war es. Also, wie gesagt, mir geht es richtig gut und ich möchte das Ganze noch weiter verfeilen. Und, ja, ich habe es ja alles jetzt erzählt, ja. Ich würde einfach sagen, ich beende jetzt das Video und update euch dann auf jeden Fall wieder, vielleicht täglich, irgendwie, was ich so geschafft habe und so. Dann klappt das. Und, äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ups, jetzt gab es mir irgendwie hoch. Ja, okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tagabend morgen, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und ich bin einfach nur super, super happy irgendwie. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020